Hallo zusammen, Eizoke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Aufstieg eines Champions. Falls ihr nach Delf seid, ist die Quest anzunehmen bei Gielin Abendlid in der Weißkrone an dieser Position. Als Drenai, Mensch, Zwerg oder Gnom ist die Quest bei einem anderen NPC anzunehmen. Der hat jetzt aber eine andere. Das interessiert uns nicht. Sondern es geht um die Quest. Vor Quest war die Herausforderung eines Recken. So, ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.7. Das Video sollte euch aber auch helfen in Viotrk Classic. Mal schauen, mit wem wir quatschen müssen. Ah ja, hier geht es lang. Da bin ich. Quest ist abzugeben bei Justiziarin Mariel Treuherz in der Weißkrone an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zum Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!